Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Und wie unschwer zu erkennen ist, hier filme ich mich selbst. Also auf gut Deutsch mit dem neuen iPhone 8 Plus und dem neuen Mikrofon von Sennheiser, mit dem ich eben direkt an den Lightning-Anschluss rankomme. Ja, das ist natürlich eine der Ideen, dass man eben hier als One-Man-Show unterwegs sein kann und damit eben direkt filmen kann. Und zwar so, wie wir das eigentlich ganz gerne auf Messen machen würden, um eben direkt das einzufangen als One-Man-Show, Reporter, eben auch gleichzeitig Kameramann und Tonmann zusammen. Ein bisschen das Problem dabei ist, ich wollte das natürlich machen zusammen mit dem Gimbal, das ich auch getestet habe mit dem neuen iPhone 8 Plus. Geht nicht, weil da komme ich nicht an den Lightning-Anschluss ran. Darum habe ich das jetzt reduziert auf diesen Selfie-Stick, den man jetzt hoffentlich in der Kamera sieht. Und damit filme ich im Normalfall natürlich eigentlich mich selbst, beziehungsweise eben ohne weitere Kamerafrau. Und damit man die einfach mal sieht, schalten wir doch jetzt mal direkt um und filmen mal so. Die Idee an dieser Moderation ist, dass ihr den Tonvergleich habt. Ihr seht hier an dieser Kamera, da ist der Empfänger zum AVX-System von Sennheiser. Das Ansteckmikrofon, das habe ich eben hier am Pullover dran. Und ihr hört jetzt eben entsprechend den Ton des Sennheiser Digital, direkt über den Lightning-Anschluss des Handmikros und eben im Vergleich dazu den anderen Ton. Besonders achten solltet ihr ein bisschen auf die Umgebungsgeräusche, weil bei einer Moderation gehört es natürlich in erster Linie dazu, dass ihr mich gut versteht. Wir haben ein ganz klein bisschen Wind, nicht viel, so dass ich sagen würde, eigentlich braucht es kein Fell. Weder am Ansteckmikrofon noch hier an meinem Handmikrofon. Aber was wir haben, wir haben unten im Tal einen Autoverkehr, der doch deutlich zu hören sein wird beim ein oder anderen. Das werden wir eben jetzt hören. Und wir hören immer wieder mal Hund und Vögel und was eben so hier dazugehört. So wie es auf einer Messe eben auch ist. Und daneben noch zehn andere Menschen reden. Eigentlich wollte ich jetzt hier gerade den Test machen. Was passiert, wenn ich mit einem zweiten Smartphone das Smartphone anrufe, das mich gerade aufnimmt, das iPhone 8 Plus. Geht aber nicht, weil das iPhone 8 Plus unterbricht einfach die Aufnahme, wenn der Anruf reinkommt. Auch schon ganz schön lästig. Egal, ich probiere jetzt einfach aus, mit diesem Smartphone mein Festnetz anzurufen und möchte wissen, wie wirkt sich das mit Funkstrahlung aus. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal ganz kurz. Und man wird jetzt gleich hören, hier klingelt es irgendwo, hoffe ich zumindest. Ich weiß gerade gar nicht, wo das andere Telefon ist. Na, es klingelt. Und jetzt ist die Frage, hören wir das oder hören wir das nicht? Dass hier dieses Telefon gerade raus geht. Ich halte es hier auch dicht dran. Also wirklich Funkwellen pur. Und wenn sich das nicht auswirkt, dann ist die Funkempfindlichkeit sehr gering. Ich baladai auf den Ovennü, le coeur ouvert, in der Inconnü. Ich wollte sagen, bonjour an n'importe qui. N'importe qui, es sei dir, ich sage dir n'importe was. Es ist nur für dich, wenn du dich zu sprechen. Au Champs-Elysées, au Champs-Elysées. Au Champs-Elysées, au Champs-Elysées. Das mit dem Selfie-Stick ist natürlich immer so ein bisschen eine Problematik. Das heißt, hundertprozentig ruhig selbst dann, wenn ich jetzt hier so die Hand aufliegen habe. Das geht am Ende natürlich nicht. Deshalb muss man immer damit rechnen, man fuchtelt ein bisschen umeinander. Gerade wenn man so veranlagt ist wie ich, der ganz gerne gestikuliert, ist das ein bisschen schwierig. Sich selber filmen, Mikrofon ruhig halten, Kamera ruhig halten. Wie gut das funktioniert hat, das konntet ihr jetzt hier sehen. Ihr konntet den Tonvergleich ein bisschen zum AVX-System hören. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, ich habe noch ein Video gemacht zum iPhone 8. Ich habe noch ein Video gemacht zum Gimbal mit dem iPhone 8 Plus. Beides könnt ihr euch anschauen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Entsprechend freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ich freue mich, wenn ihr in die nächste Video aktiv reinschaut, in die 1.2018. Da findet ihr die ausführlichen Tests dazu. In diesem Sinn, bis bald. Tschüss.